Alter! Alter! Man sieht die Linie noch, ne? Siehst du die auch? Genau, ich seh die auch, hier voll durch den Raum! Hey, jetzt weg! Mach ich auch mal! Das ist doch schon krass, ne? Na genau! Ja, und da so! Musst du aber halt so hochwerfen, was geht! Oh! Alter! Guck, da kann man nochmal! Krass! Ja, das muss ich auch drauf achten! Boah! Alter! Alter! Scheiße! Oh nein! Schade, weil er so langsam war! Weil der hier oben gegen die Decke geflogen ist! Guck, hier oben! Ja, Mann! Ja, Mann, krass! Ja, das ist schon krass, dass du den da so rüber geworfen hast! Ja, direkt aufs Strike! Genau! Achso, ja, stimmt! Was ist denn die Musik hier? Nee, warum hör ich denn mal keiner? Ich hab aber das an! Ich stresste ja überhaupt! Ich hab ausgemacht, alter! Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Da war so ein... Dass er slidet! Scheiße! Nein! Krass! Scheiße, scheiße! Das ist krank, wenn du das jetzt nochmal hier so rüber wirfst! Du hast ja auch dann über das Regal! Krass! Das ist krass! Zwischen die Köpfe von den beiden Leuten so! Ja! Das ist krank! Der steht auch vor dir, der Barkeeper, ne? Gib den Ball! Genau! Hau mal ab hier! Geh mal weg! Hä? Wieso geht's nicht? Weil du da gegen den Tisch wirfst! Du wirfst gegen den Tisch! Du musst von oben so wie so ein Basketball! Geh mal weg! Oh! Du musst ihn so werfen, glaube ich! Rüber! Meinst du? Hat es jetzt schon gezählt? Nee! Immer noch der Erste! Erst wenn er da die Linie... Kann man ihn nicht schneller laufen? Erst wenn er die Linie übertritt! Weil... Du machst ja immer gegen den Tisch, ne? Aber da musst du auch aufpassen mit denen! Wo stehe ich denn hier? So! Guck mir das so von hier an erkannt! Sehe ich das richtig krass! Ja, alter! Woah! Alter, krass! Doppelten Strike so einfach! Alter! Krass! Schade, dass ich nicht jetzt schon meinen Ball nehmen kann, damit ich mich da schon mal positionieren kann! Nö, das ist schade! Das ist aber schon... Ich will das auch mal von hier! Krass! Hier ist so ein... Hier ist so ein Ball... ...gefunden! Schenk! Schenkball! Ja! Krass! Ich gehe hinter! Ich glaube, ich muss den so werfen! Wisst du? Ach da! Siehste, man knallt immer dagegen! Na ne, ich werfe ihn ja so! So, dann versuch! Warte! Der ist mit seinem Kopf hier grad vor... Jetzt! Alter! Ach das... Ja, da ist... Da ist die Scheibe! Da ist der Ball weg! Ah! Ist gar nicht mehr hier der Ball, den ich grad eingesammelt hab! Scheiße! So! Ich werfe den... Versuch den mal zu werfen! Boah! Ja, krass! Geht auf! Alter! Nein! Schade! Da werden sie aber sauer, ne? Die... Die Besitzer von der Bowlingbahn, wenn wir da so rumwerfen! Ja, genau! Oh, Mann! Oh, krass! Alter, du hast so gekniet! Ich war jetzt wieder von da und Strike! Ja, das ist krass! Das... 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 Das muss ich noch ein bisschen üben! Kann ich noch nicht so gut da... Hinter dem Regal! Ja! Alter! Krass! Krass! Alter! Macht man immer, glaub ich, Mann! Weil der einfach überschnell dann ist! Ja, aber du musst auch immer richtig gerade haben auch! Sonst geht das ja auch nicht! Krass! Wie machst du das überhaupt, dass der da so rüberkommt? Na, kannst du mal werfen und dann früher loslassen, so in der Luft! Ach so! Aber... Muss ich aufpassen, dass ich wieder gegen die Wand... Ah ja, gegen die... Decke, mein... Alter! Pass auf, nimm den schnell, sonst der weg! Alter! Der... Der... Oh nein! Ein bisschen zu schräg! Guckt aus! Übergerade auch! Aber überschnell ist der dann! Voll krass! Alter! Der hat so voll den Bogen gemacht da vorne, was denn da passiert! Na, der trifft! Ja! Hab ich noch so mit dir eingeschlagen, so beim Vorbeirennen! Ach ja... Genau! Ja, genau! Alles ist so! Ich bin nicht, hier! Jetzt kommt er richtig krass karajo mäßig! wieso können die nicht den alter ich dachte fällt doch doch aber jetzt nicht ja genau immer den goldenen einfach noch mal so gut geflogen ist der ist wohl schwer damit könnte man das niemals machen da ist das alter oder so schwer wo sind die scoreboard da alter voll krank der ball 22,3 oder 37 mph wo steht denn das jetzt nun da stehen so viele zahlen immer 38 8 am anfang und am ende ach so also machen die das genau unten gucke ich immer da unten 38 kragen alter man klatscht die einfach alle weg wenn man da so ja man muss nur schön gerade und schönen schwung haben hier ist auch nicht so eine scheiß wand ne ja 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 da 31 turkey Krass! Alter, erkrank, Alter. Ist erkrankend mit den Beinen. Genau. Aber ich finde, wenn man ganz vorne ist, ist es irgendwie nicht so. Der muss sich erst entfalten, so richtig. Ja, ne? Genau. Nein, schade. Alter. Oh, schade. Oh, krass. Oh, das ist jetzt schwer da, so, ne? Guck mal, die sagen, du sollst die neuen treffen. Da, die neuen da, so an der Seite. Ja, genau. Oh, was war da los? Das ist auch dieser Eierball. Den wolltest du eigentlich nie wieder mitnehmen. Scheiße. Ich bretere den jetzt nochmal rein. Ja, der fällt noch. Ja, der fällt noch. Ja, geil. Ja, geil. Das ist mein Klappverlager. Das war ein Klappverlager. Oh, alter, krass! Vollreich. ist ein ein fünftiges der hat sie es ja auch reingetiert genauer und gehalten wird dort so wie ein ja das war ja überall heftig quasi also geworfen hat kommt es ist also aufgekommen das war nur so die linie also was noch mal drei das war er genau ist in die letzten wieder so ein bisschen werfen dann geht er richtig ab schade dass man seinen ball nicht schon mitnehmen kann das war nicht geworfen alter schade das wäre cool dann hätte ich also schon meinen ball so ne wenn man den schon einfach nehmen könnte ach ne du hast noch einen stimmt ja ach so genau das sind ja die letzten was hast du ausgewählt bei der bahn ist jetzt auch nicht mehr genau es gibt auch so eine bahn da steht auch wie lang die ist 45 fuß oder 65 krass dass er 42 hatte dann und 45 beim anfang krass weil ich ihn so echt geworfen habe genau das so genau perfekt gekommen ja der jamaica ball das auch ein guter ach so ich habe noch ein so kann ich noch mal rein donnern ja krass krass ist jetzt noch einen dann ne ach ne das war's schon geil level aufstehen genau level 17 und marsball und pillars of creation all angels the bloom golden ball all die bälle die ich schon immer haben wollte sind dabei so lobby habe ich gemacht genau einfach okay muss ich ja drücken ne ich habe einfach okay gedrückt bist du jetzt hier in der lobby ja genau genau jetzt habe ich auf spielen gibt nein wollte ich gar nicht so rechts ist das gleiche ach so dann geht er einfach wieder raus zur lobby genau genau da steht jetzt die ganze zeit warten oder beitreten bei mir hier so ich drücke dann einfach beitreten wenn du was ausgewählt hast bei mir steht das jetzt die ganze zeit da irgendwie krass ich habe 1300 damit noch einmal dann hat man richtig schön punkte ich habe 1581 krass ja du hast auch schön hier in der spin hat sie auch glück eigentlich ja genau finde ein rhythmus bei der irgendwas mit dem griffigen haken was ist das für ein quatsch was da steht das muster ist lang aber leicht also plane bei den würfen eine frühe ballreaktion und einen schnellen haken ein krass sehen wir einfach genau daher zu champion bahn hoch und eng beitreten bist du schon da genau genau jetzt ich komme ich auch rein sehe noch nichts jetzt hoch und eng was auch immer das soll heißen soll hier genau aber hier kann man immer schön auch so werfen hier hat man so schön vielleicht kann man hier bis hier hinten gehen das ist erkrankt aber muss aufpassen was nicht ins blaue reinkommen du hast du einfach so hoch werfen das muss doch klappen verstehe ich hier oh ne krass ja dann muss man so dann muss man schon werfen ne wenn man da ist man hier langsam ey ja man kann ja porten aber das war für komisch das porten ne schon hier krass einer nur kosmos ball doch der kommt reingespinnt oder ne 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 scheiße ja den ball ach der sproste hier einfach oh nein scheiße der war nicht so gut aufgelegt krass ja vielleicht weil wir hier so diesen haken einplanen müssen was er gesagt hast guck mal von 2021 ist das spiel bestimmt auch ne weil die überall steht 2021 world champion genau das ist bestimmt von da die auf computer die haben halt auch so eine community da alter das ist aber gut der goldene schwer ist er halt nicht mehr ja ich stehe oben drauf ja scheiße ja scheiße krass guck ist anders hier ne also ich mein hier wie man hier wirft ist es nicht meinst du was anders weiß nicht gix hier so hoch miss ist es nicht wie für ne wand schon wieder ey Wo stehe ich denn eigentlich hier? Ach so, ich muss auch mal ein bisschen wieder nach da gehen. Ja, der fällt noch. Alter. Ich will nochmal den goldenen, aber den ein bisschen schneller zu machen. Der ist immer so langsam. Oh, was ist das denn? Scheiße. Alter. Scheiße. Die Danna ist jetzt so weg einfach. Ja. Ich glaube, krass. Ja, Alter. Jawohl. Aber nur 17, ne? Ach so, weil... Guck, der braucht noch länger den Weg, ne? Ah, nee, 26. 28 und 26. 28 und 26, genau. World Champions. Ja. Ja, krass. Strike. Kann ich mir bestimmt voll die krassen Bälle holen, dann. So einen richtig bräunlichen kaufe ich mir dann. Ah, scheiße, zweit links. Krank. Ja, guck, das ist voll schwer hier, wenn man weiter hier ist, ne? Irgendwie. Ja. Stimmt, weil die Bahn hier so zickzack ist. Irgendwas. Was ist denn das hier? Hier ist... Ja, krass. Ja, der ist ja auch gut. Guck mal, hier ist so eine Wand, wo man hochrennen kann. Hier. Hier läuft man so hoch. Auf der Wand. Ich dachte erst, das wäre das Gelände, aber es ist einfach auch so. Krass, ich bin hier rübergeklettert. Guck mal. Ja. Aber man könnte auch von da so kommen, glaube ich. Von hier. Ja, genau. Da kann man sogar hochlaufen, ne? Wo du bist. Da hinten. Weiß nicht. Weißt du, man kann hier hinten den Turm hochlaufen? Ja, mein ich ja. Warte, ich komme auch mal. Nee, hier ist eine Wand. Schade. Achso. Ja, das wäre krass. Ja, schade. Bei Pavlov stehen die ja dann da oben. Auf dem Turm. Ja. Achso, ich bin ja voll nah. Guck mal, was geht. Ah, scheiße. Ich habe jetzt voll verplant auch, dass ich die Dings hier habe. Da traue ich mich nicht so zu spinnen. Da mache ich lieber ganz gerade hier mit dem Jamaika-Ball. Ja. Das wäre krass, wenn du den von da oben. Ja, voll krass. Ja, voll krass. Über hoch schon. Viel höher als auf der anderen Seite. Oh, was ist das denn? Alter. Krass. Nein. Scheiße, das zählt dann einfach wie Dings, ne? Ich will den auch mal abhandeln, neue Technik machen. Ach, schade, Mann. Ich war verkackt jetzt. Aber egal. Ich schwing den jetzt über krass. So, wie ich den noch nie geschwungen habe. Da, ich muss mal gucken, wie rum ich mache. So, ne? Genau so. Alter! Ja, krass. Ja, der war auch voll schön. Ja, genau. 40 und dann 38. Wo stehe ich denn hier? Oh, scheiße, nicht in die Mitte. Ah, krank. Der war aber nicht so schnell. Achso, da ist ja noch ein. Krass, ich kann hier einfach drauf rumlaufen. Ah, schade. Ja. Deswegen haben die denen auch keine Beine gegeben, ne? Damit das unten immer frei ist. Okay. Mach den wieder so richtig reinschwingen. Genau, das sieht bestimmt richtig Optik aus, der jetzt. Ja, genau. Hock mich hier gerade hin so. Oh nein, der ist verkackt, oder? Ich weiß nicht. Doch, der geht noch ein bisschen drüber, oder? Ja, geil. Krass. Ja, krass. Ich will es auch mal sehen. Komm, man hier so voll langsam. Wollen wir hier in den Porten? Ja, voll langsam hier so. Ja, Mann. Ja, versteht? Was steht denn hier? Ja, ich guck mich das mal so richtig an. Ja, ich durche mal aus dem Sitz. Ich sitze hier auf dem Boden. Alter! Aber so schnell kann ich gar nicht mich drehen. Ich muss so sitzen. Oh, scheiße. Puh. Da habe ich hier angeschwommen. Das ist so ein bisschen. Lustig denn, wie das auch immer macht. So, kläck, kläck, kläck. Geht rum. So. Ah, nee, das ist in die falsche Richtung. Alter, scheiße. 41, aber. Guck, man kann auch selber so machen. Genau, krass. Ich hatte es auch bei dir. Hä? Geht gar nicht bei mir. Das. Da musst du die halt so anders halten. Ja, genau. Sonst geht es so ran, ne? Ja, genau. Oh, krass. Sonst kommt man da ran wegen der Ringe, ne? Ja, genau. Ja. Ja, krass. Doch, ich versuch das auch mal von da ganz unten gleich. Ich glaube, man muss so werfen, ich glaube, man muss so werfen, deswegen wirbel ich dann mal von oben so. Meinst du so machen? Ja, genau. Nee, wenn dann so, warte mal, wenn dann so, warte mal, wenn dann so, dann so werfen. Und dann loslassen, ja. Aber dann kommt er vielleicht da unten ran. Und, hoppa. Und, guck. Und, guck. Oh, schau. Oh, schau. Das ist da, der ist da in der Mitte oder so. Krass. Ja, der hat sich gut angefühlt. Ich mach mal hier den. Ich teste das mal aus, wie das dann, was dann passiert, wenn man das so macht. Ja! Alter! Ja, war krass. Krass. Ja, das hat auch gut geklappt. Genau. Über hochgeworfen, Alter. Krank, Mann. Man glaubt, dass man in Echtzeit auch seinen Arm so macht, ne? Der so rodert. Alter. Ja. Das geht gut, glaub ich, ja. Ja. Vielleicht muss man ja einfach nur so werfen. Wie hast du gerudert? So? Nee, so rum. So rum. Nach vorne. Ja, genau. Von oben. Ja, warte mal, ich muss ein bisschen so machen. Ja, genau, dass er richtig so in den Sprung rin kommt. Und dann so loslassen da oben. Ja! Alter! Was war das denn? War überkrass. Ja, Mann. Oh, Mann. Meine Güte. Man hier alles machen kann in dem Spiel. Ich geh noch weiter und mach den... Wurf. Ja, Mann. Dann kommen wir ja nicht mehr an die Ecken da unten auch, ne? So. Pass auf, du bist in den blauen fast. Oh. Ja. Ja. Oh nein, scheiße. Krass, aber der ist immer hoch gewesen. Alter. Das ist bescheuert. Alter. Du bist ja auch echt lustig, mal so ein Spiel mit weitwerfen oder Sperrwerfen oder so, ne? Ja, genau, ja, Sperrwerfen oder so, das wär krass, ja. Oder Hammerwurf und so, wie cool, so olympische Spiele oder so, weißt du? Ja, oder so Gewichte werfen, wo man sich auch so drehen muss. Ja. Mehr weit weg hier. Nein, scheiße, ein bisschen schräg. Ah, der eine. Ja, krass. Ich hab gerade so einen Strike gemacht, ne? Krank. Krank. Genau. Der kam überkrank da raufgebrettert. Über die Hälfte noch geflogen, so. Das war wirklich klappt, wenn man das so machen würde. So müssen wir mal bei anderen reinkommen, ne? Das wär voll lustig, so zu zweit. So machen wir mal so. Wir gucken dir so. Ich weiß noch nicht, wann. Warte, warte. Ja, ich weiß. Oh! Scheiße. Fuck, Mann. Oh Gott. Krank. Da muss die Bahn voll lang sein. Das war über weit. Das war ja dahinter. Dahinter. Ja, genau. Alter. Ein bisschen weiter unten loslassen, ne? Beim Kurbeln. Ich will jetzt auch noch mal da so kurbeln. Alter, es geht schon alle tief voll auf meinen Arm und so. Achso, das sind deine letzten Versuche. Hast du noch zwei? Achso, scheiße. Hast du auch erst einmal geworfen. Wo steh ich denn hier überhaupt? Ja, genau. Ich guck auch mal. Krass, ich bin auch schon wieder voll am Rand hier. Und den Stuhl immer ein bisschen weiter weg. Das war voll gefährlich. Da! Alter! Was ist das denn für ein Wurf? Hier, wie das aussieht, der Bogen. Ja. Also, ich mach das auch mal mit so einem Ball hier vorne so. Oder? Oh nein, Zahne. Ja, doch. Das war nicht so schlecht. Na, das muss man noch ein bisschen ausbauen. Warte. Ich versuch den mal so reinzudrehen jetzt ein bisschen. Ja, genau. Oh nein! Gar nicht, ne? Ja! Alter! Boah! Wie soll man das denn machen? Club-Level-Trophäe! Ah! Level 19! Pro-Shop wieder. Sea-Angel. So, Lobby. Ja, genau. Ach, krass. Ich muss hier hinten raus. Ich muss hier hinten raus. Ich muss hier hinten raus. Fuh! Fuh! Da bin ich schon ein bisschen am schwitzen hier. Soll ich das rumwerfen? Deswegen ist es auch gut, dass wir da am Handgelenk, also ich hab die immer am Handgelenk dran. Da kann er voll rausfalten. Stell vor, wir werfen den so und dann fliegt der Controller oder so. Ja genau, ich hab die auch immer da. Genau. Davor hab ich ja immer Angst, dass der Controller kaputt geht. Genau. Die testen das bestimmt dann auch, aber dann mit den anderen Bällen und dann geht das gar nicht. Dann denken die... Genau, krass, Alter. Ja genau, man denkt auch gar nicht daran, das ist doch Bowling. Da kann er... Fliegt das da so? Genau. Ja, das muss man auch mal versuchen. Mit dem Blitzball einfach so von oben so reinwerfen, so vorne da so. So einfach...